Masken, die beim Schnorcheln beschlagen, können einen doch den besten Schnorcheltag absolut versauen. Deswegen teste ich auch immer wieder neue Produkte, die ein Beschlagen der Maske verhindern sollen. Und heute geht es mal um das Cressi Anti-Fox Spray. Und ob das funktioniert, erfährst du in diesem Video. Also, viel Spaß! Ich habe hier das Anti-Fox Spray von der Firma Cressi. Das soll eine beschlagene Maske verhindern. Und es soll gar keine Werbung sein, denn so ein Anti-Fox Spray gibt es auch von vielen anderen Marken. Und wie man das Ganze anwendet, ist auch gar kein Hexenwerk. Auch das steht hinten drauf. Also sollte auch ich das hinkriegen. Eine kleine Menge auf beide Seiten der Linse sprühen, einige Minuten abwarten und dann reinigen. Joa, das machen wir doch mal. Jetzt habe ich 10 Minuten gewartet. Ich glaube, das Ganze ist ganz gut eingewirkt in jede Ecke. Ich habe hier so ein Mikrofasertuch und werde das Ganze jetzt ein bisschen putzen. Sehr gut! Die Maske ist vorbereitet. Und jetzt heißt es, ab an den See! Für den Test bin ich wieder an einem relativ kühlen Morgen an den See gefahren. Die Masken waren ja schön vorbereitet, wurden auch beide gleich gelagert. Und ich habe mich im Wasser natürlich erst einmal nass gemacht. Ja, die Maske habe ich dann auch ausgespült und habe mir die natürlich aufs Gesicht gesetzt. Und dann bin ich natürlich rein ins kühle Nass. Ich wollte eine Runde schnöcheln gehen, aber das war natürlich gar nicht so gut. Denn diese Maske, die ich als erstes benutzt habe, war nicht vorbereitet. Somit ist sie auch relativ schnell beschlagen. Ich konnte gar nicht weit schwimmen und schon war die Durchsicht auf jeden Fall nicht mehr gegeben. Tja, das macht keinen Spaß. Deswegen musste ich auch schnell wieder raus aus dem Wasser und habe mir die Maske geschnappt, die mit dem Anti-Fox-Spray vorbereitet war. Ja, die habe ich dann auch nochmal ausgespült. Ich habe sie aufgesetzt. Ich selbst war ja schon nass und dann bin ich erst mal rein ins kühle Wasser. Ja, ich bin dann so ein bisschen rumgeschwommen und habe eigentlich so ein bisschen darauf gewartet, dass die Maske beschlägt. Aber es hat wunderbar funktioniert, auch wenn man oben an den Rändern so ein bisschen sehen kann, dass da doch so ein paar beschlagene Ecken sind. Das habe ich aber gar nicht so richtig gemerkt. Und es kann natürlich auch sein, dass ich die Maske nicht hundertprozentig gut vorbereitet habe. Insgesamt hat aber das Anti-Fox-Spray wunderbar funktioniert. Ich bin mehrmals abgetaucht und ich habe unter Wasser ein bisschen Müll gesammelt. Hier zum Beispiel ja so eine Flasche, die ordentlich mit Muscheln versehen war. Die habe ich natürlich später ein bisschen abgepult. Aber ich hatte die ganze Zeit wirklich einen richtig tollen Durchblick. Also dieses Anti-Fox-Spray hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und was ich auch empfehlen kann, ist unseren Kanal zu abonnieren. Ja, denn auch in den nächsten Tagen werden doch einige weitere solche Tests folgen. Und natürlich werden auch in Zukunft noch weitere Schnorchelvideos folgen. Also auf den Abo-Button drücken und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also mach's gut!